er ist langsam ich habe immer und ist nun die Medizin hat alles hochbauen Prozent das ist alles umbauen und sozusagen effizienter machen dann müsste das ja eigentlich gehen aber ich sage wirklich nur eigentlich um sieben können 3 1 die Kriterien also nicht geschissen die Fahrzeuge hatten wir noch das ist ja krass was ist das, stehen zwei ineinander, ne 1 so, wow, hat mich kein Stückchen weitergebracht 3 4 3 so, jetzt fährt es ja mal ein klein wenig jetzt klappt es nicht, wie sich hier alles staut es ist einfach unglaublich es ist einfach unglaublich 4 sind es an dem hier 2 so die von gar nicht auch mal weg und verkehrt und jetzt nicht weil der zu mir wird jetzt ist der Weg und jetzt der hier und jetzt der hier und keine Fahrzeuge juckt mich nicht so und da ist ja eh nix los da ist ja auch nix los ja komm geht zurück da ist ja nichts los wieso eigentlich immer am abend kann mir das mal einer verraten warum das immer nur am abend passiert wieso fährst du jetzt nicht jetzt können die fahren dann können der würde nicht fahren der würde nicht fahren jetzt fahren die alle jetzt wird der da jetzt wird der da und der da wunderbar 5 würde der wander sind so das heißt der muss weg und der da auch wie viel sind denn da bitte mein gott nutzt doch die Fahrspur aus so den muss ich weg und den muss ich weg und den da aber jetzt stört der hier wieder und jetzt glaube ich der hier und der 7er erst recht und der 8er natürlich auch und der 7er natürlich auch meine Fresse alter jetzt geht's hier nie wie dumm muss man eigentlich sein lieber Herr Busfahrer jetzt sind die 9 wieder eh wieder woanders hin so die 9 wieder eh wieder woanders hin so die 2 wieder auch wieder dahin die 1 auch die 1 auch so so 3 4 3 4 4 4 4 4 jetzt geht der nicht weiter in die 4 der stört, geht in die 3 der stört, geht in die 4 dann stört der hier, der geht in die 3 und jetzt stört natürlich der hier welches Saftsack packt er auch so beschissen hin und jetzt weiß ich nicht was mit dem ist und was mit dem ist und warum der hier nicht fährt ach ja ich glaube das wird alles nix entweder mache ich das dann offline weiter also ich baue das hier alles ein bisschen um so dass es halt kein Chaos mehr wird oder ich mache es in der Aufnahme aber das weiß ich nicht ob ich dazu Lust habe überhaupt das alles in der Aufnahme zu machen weil es wird natürlich ein Haufen Arbeit zwar jede Menge Arbeit ja komm fahr vorbei boah fahr doch du Spasti alter was willst du? wo willst du hin? wo willst du hin? wo willst du hin? meine Fresse so alle sind die 4 alle Busse in die 4 in die 4 in die 4 in die 4 und in die 4 und in die 4 und in die 4 so und in die 4 und in die 4 boah jetzt hängt es hier wow klasse in die 4 boah du scheiß in die 4 und in die 3